Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe jetzt in einer annehmbaren Qualität, aber das sehe ich dann. Das wäre zumindest beim Endkampf wünschen. Denn, auch wenn ich die letzte Folge aufnehmen konnte, mit den neuen Einstellungen, hat OBS immer noch gemeint, so, nö, wir machen das in MPKV und wir machen das in niedriger Qualität als sonst. Ich so, ja, danke schön. Wir haben auch eben die ganze Zeit nur mit 3,5 Kilobit gesendet, anstatt, ich habe keine Ahnung, was ich OBS da, als der abgeschmiert ist, hat der irgendwie einen Grundreset gemacht, ich weiß es nicht. So, wir verdreschen jetzt die Königin. Ich brauche ein paar Kristalle. Malo, Maleni, wenn ich ihn einfach gerne mal. Bedrohlich muss ich jetzt nicht, ne? Volles Blatt, guck mal, endlich mal was mit dem ich anfangen kann. So, erstmal noch neue Karten ziehen. Äh, Fünfe? Ja, oder? Die anderen sind jetzt nicht so relevant. Nein, die Königin sind, ich würde sie gerne aufspießen. Da! Kann ich ihn einfach ein paar Pfeile in die Küche schießen, danke. Natürlich noch eine Königin. Haben wir zwei davon jetzt? Ja, tschüss. Guck mal, das wollte ich doch noch. Volles Blatt. Ja, er muss das machen, hilft alles nichts. Ja, der ist das. Vormittags ist... ich habe noch eine lanze ich kann auch einfach doppelhammer machen woher habe ich den ganzen shit gib mir die 6 wenn du 5, 5, 5, 5, 6, 6 das ist ok oh nein das war knapp das war auch ultra greedy von mir das war ultra greedy und natürlich bin ich gestorben wie sollte es anders sein oh man 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 ok wir machen es nochmal aber wir wissen ja jetzt was wir machen müssen ich war halt auch wirklich dreist mit dem hammer muss man auch sagen ne mit dem hammer einfach rein stellen und in damage taken als gäb es kein morgen ist maximum greedy einfach nur für den max dps output das kann ich am anfang geben ne ja ja ist ok ich mach mal weg du 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 einfach nur meine blätter einfach auf safe call und stelle mich hinten hin und schieße als gäbe ist kein morgen ja was soll ich sagen an punkten mangels mir gerade nicht ich bin nur das volle blatt leute kommt die ganzen schüsse da drinnen danke da würde ich gleich noch mal die nächste runde mit nämlich auch noch für den hier soo die haben wir noch drauf eine 6 auf jeden fall was soll's was kostet die welt du weißt schon kunigin dass mir das vollkommen egal ist was du machst weil einfach kacke es ist jetzt nicht so dass ich wirklich eine ernsthafte gefühlte bedrohung durch die haare oh ne Guck mal, Könige, gute Nacht. Einfach mal mit dem Hammer raus. Schreibt dafür bitte Mod an, Pikachu. Sie hat meinen Würfel geklaut. Wirklich? Ernsthaft? Ich gehe auch nicht an deinen Würfel. Also gehst du nicht an meinen? Der Dice getötet? Nein. Oh, ich sterbe anscheinend. Ich hab schon gedacht, täglich kriegt das Mummeltier, aber hallo. Muss ich sie anschießen? Ha! Doch. Oh, was ist das? Moment, Moment, Moment. Sie hat einen Würfel wieder geholt? Oh mein Gott, ist der für Odd? Für Even? Ist das ihre... Oh mein Gott, das ist ihre eigene Schwester. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Andrzej, ich... Hm, sorry. Ich bin nicht wert. Shh, nicht sagen Sie das. Natürlich bist du. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bitte. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Selbst wenn die Zeit stoppt, ist es noch... Oh, das ist aber übel. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kannst dir wohnen. Ich kann nicht warten, dich hier. Aber ich promise, ich wohnen dir da. Nein. Jangan. Jangan. Wir spielen wieder, okay? Du weißt nur... Du weißt... Die steht jetzt bestimmt, steht sie jetzt komplett am Rad? Der nimmt Dicey? Ah, das ist der Würfel von ihrer Schwester. Okay. Okay, wir haben unsere Schwester wieder. Ja, mal gut, dass ich nicht losgerannt werde. Guck, wäre direkt gestorben. Warum bei solchen Sequenzen? Seht ihr? Immer langsam vorgehen, in jede Ecke noch mal reinlunzen. Was ist denn hier? Ah, sehr schön, dass ich rein technisch noch mal ziehen könnte, nur für die Fälle. Hmm. Gehe ich, folge ich den Kindern? Nein, wir gehen hoch, oder? Ach, fuck, komm, ich kann die Treppe nicht hochgehen? Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht wollte ich ja hochgehen. Oh, schön Flachköper vom Dach. Die Kinder noch eine Zwille nachschieben? Ich bin direkt auf der Flucht. So, bumm. Der Pflaster gewinnt. Was machen wir jetzt? Warte, ich habe meine Hand in da. Scheiß auf deinen Hut, Junge. Oh, das ist eine Pumpe. Oh, das ist eine Pumpe. Oh, das ist eine Pumpe. Ich bin direkt auf der Flucht. Oh, weg kennen sie nicht. Da muss ja noch was kommen. Oh, wie süß, hat sich ja knutsch ergegeben. Und als für was passiert nächstes... Well... Hörst du etwas? Es ist eine lange Geschichte. Nein, 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 nein... Tatsächlich, das war das Ende? Okay... Interessant... Ich hätte mir jetzt... Moment, ich habe gerade ranadiert... Also, ich habe mir jetzt vom Endkampf tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Vor allem wäre es auch schön gewesen, zu wissen, was mit der Königin passiert. Wie geht es im Random weiter, nachdem die Königin gestorben ist? Wo ist das Happy End? Ich meine, es ist ja schön, dass wir unsere Schwester wieder haben, aber... Und was hatte ihre Schwester? Nein, der Endkampf war odd. Nice, Glamour, schönes Wortspiel. Ich erkenne dein Wortspiel an. Okay, ich verstehe, dass die Königin trauert um ihre Schwester. Eigentlich habe ich gedacht, sie ist tot, aber sie ist todkrank und deshalb hat sie es in der Zeit eingefroren, darum hat sie sich mit den dunklen Göttern eingelassen. Okay... So, jetzt ist ihre Schwester tot und jetzt legt sie sich mit denen an. Mir fehlt da einfach was, fürs Happy End, da fehlt mir ein Stück. Ne? Aber... Ah... Jetzt gleich wird pixelig. Wie wird pixelig? Ne, laut meinen Anzeigen hier läuft alles sauber. Also da müsstest du gerade bei dir einmal überprüfen. Ich schaue mal gleich, ob nach dem Abspann noch irgendwas Schickes zusammenkommt. Aber wenn alles gut läuft, habe ich heute vier Aufnahmen gemacht in 720p-Qualität, aus Twitch rausgeschnitten und eine, die wieder vernünftig läuft, ne? Boah, ich sag's euch. Ich habe keine Ahnung warum OBS sich da einmal komplett abgeraucht hat. Ich würde OBS ja runterschmeißen wenn wir neu installieren, wenn es aber nicht so eine fucking schmerzige Angelegenheit ist, alle Zehen und Quellen wieder einzuspielen, ne? Boah, krieg ich jetzt mal die Krise. Was sag's denn? Das ist das Schlimmste von ein. Ich mag OBS sehr, schönes Tool, aber ein paar Dinge... katastrophal. So. Ich hoffe, dass jetzt nach dem Abspann die Story noch einen Tick weitererzählt wird. Ne? Dass da noch was kommt. Das würde zur Story auf jeden Fall noch ziemlich gut beitragen. Oh Gott, das war noch mehr als fünf Leute. Okay, wir machen mal A. Okay, irgendwas passiert. Nichts. Oh, wie hart enttäuschend. Hart enttäuschend. Ich geh noch mal ins Ende rein. Kommt da noch was? Ist das noch mal der Endcard? Moment, ich lauf davon. Aber warum sollte man hier noch mal ein Saveporn machen? Ich konnte ja nichts auswählen. Hm. Keine Ahnung. Nun gut. Das war Lost in Random. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und ich bin gespannt, was das nächste Live-Let's Play wird. Und ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gut gefallen wie mir. Es ist nämlich ein schöner Indie-Titel, den ich letztes Jahr schon spielen wollte. Und jetzt endlich mal nachholen konnte. Daher, ich hoffe, euch hat da genauso viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Game. Bleibt mir treu. Macht's gut, euer Slime. Ciao.